Herzlich Willkommen! Es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass wir schon mal so eine große Veranstaltung hatten zum Anlass der Beerdigung von Philipp. Damals waren wir leider coronabedingt etwas beschränkt, auch in der Anzahl der Leute und heute können hier immerhin 1500 Leute etwa da sein. Und da möchte ich an dieser Stelle erstmal ein ganz großes Dankeschön an die Stadt Funkstadt aussprechen, die das ermöglicht, dem Bürgermeister Patrick Koch, aber natürlich auch an alle beteiligten Behörden, an die Helfer, die das hier alles mit geleistet haben und aufgebaut haben und schließlich an Sie und Euch fürs Kommen. Mein Name ist Christopher und ich durfte uns auch schon letztes Jahr einmal durch den Ablauf geleiten und mir ist dieses Privileg auch dieses Jahr wieder zugefallen. Und bevor ich so richtig einsteige ins Programm, möchte ich noch eine persönliche Frage stellen und zwar wäre das okay, da sich viele Leute hier kennen, wenn ich sie duze? Breite Zustimmung? Okay, zumindest von hier vorne. Also vielen Dank. Entschuldigung an alle anderen. Und dann werden wir gleich übergehen in eine Zeit des gesungenen Gebets. Wir nennen das Lobpreis und ihr seid dafür dann auch herzlich eingeladen mit aufzustehen. Vorher werde ich jedoch noch ein Gebet sprechen, damit wir das Ganze beginnen. Großer allmächtiger Gott, danke, dass wir hier zusammenkommen können, um die Schönheit zu feiern, die du in Philipps Leben hinterlassen hast, aber auch die Schönheit zu entdecken, die du für unser Leben vorbereitet hast. Wir bitten dich, dass du heute an diesem Tag mitten unter uns bist. Schenk uns deine Gegenwart in deinem Namen. Amen. Großer allmächtiger Gott. Egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind, ich weiß, mein Gott hat gesiegt. Wie hoch die Mauern sind und Sorgen nicht bedrängen, ich weiß, alle Ketten zersprengen. Lehre mich immer mehr zu verstehen, wer du bist. Die Gewissheit tief in mir, dass du der Sieger bist. Ja, ich weiß, mein Gott ist größer, er hält alles in der Hand. Und ich weiß, er kämpft meine Kämpfe, er ist Sieger in Ewigkeit. Mein Gott ist größer. Ja, mein Gott ist größer. Egal wie hoch der Berg. Egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind, ich weiß, mein Gott hat gesiegt. Wie hoch die Mauern sind und Sorgen nicht bedrängen, ich weiß, alle Ketten zersprengen. Leere mich immer mehr zu verstehen, wer du bist. Und ich weiß, mein Gott ist größer. Und ich weiß, mein Gott ist größer, er hält alles in der Hand. Und ich weiß, er kämpft meine Kämpfe, er ist Sieger in Ewigkeit. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer. Ja, mein Gott ist größer als Lüge, größer als Hass, größer als Tod und Gewalt. Größer als jeder Umstand, größer als Angst, größer als Angst, größer als jeder Umstand, größer als Angst. Mein Gott ist größer als jeder Umstand, größer als Angst, mein Gott ist größer, mein Gott ist der Größte, mein Gott ist der Größte, mein Gott ist der Größte. Ja, mein Gott ist der Größte, mein Gott ist der Größte. Ja, ich weiß, mein Gott ist größer, er hält alles in der Hand. Ja, und ich weiß, er kämpft meine Kämpfe, er ist Sieger in Ewigkeit. Mein Gott ist größer. Ja, ich weiß, er kämpft meine Kämpfe, er ist Sieger in Ewigkeit. Ja, ich weiß, er kämpft meine Kämpfe, er ist Sieger in Ewigkeit. Ja, ich weiß, er kämpft meine Kämpfe, er ist Sieger in Ewigkeit. Du warst schon immer gut zu mir Du hast mich geformt, mir Läden eingehaut Du warst schon immer gut zu mir Oh, wie endlos überwältigend Gewagt ist, wie du liebst Oh, du kennst um mich und spürst mich an Lässt 99 stehen Ich weiß genau, dass ich's nicht verdient hab Doch du gibst dich für mich an Oh, wie endlos überwältigend Gewagt ist, wie du liebst Ich war noch dein Feind, doch du hast gekämpft für mich Du warst schon immer gut zu mir Ich war mir nichts Ich war mir nichts, wenn du hast gesagt für mich Du warst schon immer gut zu mir Oh, wie endlos überwältigend Gewagt ist, wie du liebst Oh, du kennst um mich und spürst mich an Lässt 99 stehen Ich weiß genau, dass ich's nicht verdient hab Doch du gibst dich für mich hin Oh, wie endlos überwältigend Gefragt ist, wie du liebst Du erleuchtest alle Schatten Erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen Zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen Um mir nachzugehen Und das ist unser Gott Du erleuchtest alle Schatten Erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen Zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen Um mir nachzugehen Du erleuchtest alle Schatten Erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen Zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen Um mir nachzugehen Du erleuchtest alle Schatten Erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen Erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen Du erleuchtest alle Berge, um mir nachzugehen Erklimmst 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 alle Berge, um mir nachzugehen It is well with my soul It is well with my soul It is well, it is well with my soul It is well, it is well with my soul Through it all, through it all, my eyes are on you Through it all, through it all, it is well Through it all, through it all, my eyes are on you It is well with me Heute schauen wir auf dich, Jesus. Du bist das, was wir brauchen an diesem besonderen Tag. Danke, dass du hier bist. Wir gedenken, um uns ins Gedächtnis zu rufen, was uns wichtig ist. Und wer die Bibel kennt, das ist dieses Buch mit der Geschichte von Gott und seinem Volk, weiß, dass auch darin immer wieder Gedenkstätten auftauchen, damit die Israeliten sich daran erinnern, was Gott für sie getan hat. Und auch in unserer Kultur machen wir das heutzutage. Wir errichten Statuen von berühmten Politikern, die sich an der Gesellschaft verdient gemacht haben und wichtig waren. Oder benennen Straßennamen nach wichtigen Persönlichkeiten. Eine Philipp-Mickenbecker-Straße gibt es bisher noch nicht. Und eine Statue ist auch noch nicht in Planung. Noch nicht. Nee, das hätte Philipp auch garantiert nicht gewollt. Aber trotzdem wollen wir diesen Tag nutzen, um uns in Erinnerung zu rufen, was wir an ihm schätzen und was uns an ihm wichtig war. Und wer könnte einen besseren Anfang dafür machen als sein Zwillingsbruder Johannes. Also wir dürfen einmal Johannes mit einem warmen Applaus willkommen heißen. Hi, erstmal ganz, ganz vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Das freut mich echt wirklich, dass so viele Menschen jetzt einfach hier sind. Ja, also danke. Und es ist echt sehr, sehr schön, euch hier alle zu sehen. Ja, und ich habe auch drüber nachgedacht. Dankeschön. Ich habe drüber nachgedacht, was ich erzählen soll oder was das ist, was mir von Philipp am meisten hängen geblieben ist. Was mich am meisten inspiriert hat. Und es sind einfach so viele tausend Sachen. Und es ist auch irgendwie schwer, in Worte zu fassen. Ich glaube auch, weil wir, ja, also es war ja nicht so, dass ich jetzt das eine Erlebnis hatte oder sowas. Aber es gab tatsächlich eine Zeit, wo, weil wir haben wirklich gefühlt alles zusammen gemacht. Ich glaube, es gab insgesamt zwei Wochen oder so, wo wir mal nicht zusammen waren. Zwei Wochen ist eine sehr große Ausnahme, sonst haben wir echt jeden Tag zusammen verbracht. Und das Einzige, was mir in den Sinn gekommen ist, was uns mal ein bisschen, wo wir ein bisschen unterschiedlich waren eine Zeit lang, was aber im Endeffekt, denke ich, sehr gut war und was ich jetzt an ihm besonders zu schätzen war, war, dass er angefangen hat, als er sich für Gott interessiert hat, als er angefangen hat, die Bibel zu lesen. Und da seine Erlebnisse gemacht hat, ich denke, viele von euch haben ja bestimmt das Buch gelesen. Da war ich auf jeden Fall noch nicht so weit und hatte da auch nicht so Bock drauf. Und da war es dann immer so, dass Philipp sich Momente genommen hat, um mit diesem Gott zu sprechen. Und es war noch sehr, sehr lange vor seiner dritten Diagnose, dass er sich wirklich morgens oft mal eine Stunde, mal zwei Stunden, wo wir eigentlich gedacht haben, ey, lass mal anfangen zu arbeiten, lass mal unser U-Boot bauen. Und Philipp war so, ja, lass mal hier noch einen Spaziergang machen, irgendwie einen Beetsspaziergang. Das gab es wirklich sehr oft, dass er sich da Zeit viel genommen hat. Und ich muss sagen, am Anfang hat mich das ein bisschen genervt und ich habe so gedacht, ja, muss das jetzt sein? Aber dann bin ich ja auch immer mehr in Berührung mit dem Glauben gekommen. Bei mir war es ein bisschen anders als bei Philipp. Aber was ich schon damals gemerkt habe, ist, dass es oft so war, dass er beten gegangen ist und wir haben gearbeitet. Und dann hat irgendwas auf einmal so gut funktioniert, dass ich gedacht habe, krass, ich glaube, wenn wir jetzt die ganze Zeit einfach so durchgearbeitet hätten und Philipp nicht seinen Gebeter gemacht hätte, wer weiß, ob das auch so gut geklappt hätte. Und es war echt aufwendig. Also es gab sehr oft Sachen, wo man jetzt nicht mehr wirklich von Zufällen sprechen kann, die passiert sind. Das war damals schon so. Und dann, als Philipp seine Diagnose gekriegt hat, hat das natürlich noch eine ganz andere Bedeutung für ihn bekommen. Also bei ihm war es wirklich meistens Spaziergang, weil wir halt im Haus immer alle aufeinander gesessen haben und irgendwie hat er da überhaupt keine Ruhe gefunden. Deswegen hat er sich oft zur Zeit eben für Spaziergänge genommen. Und in dieser Zeit war das, glaube ich, das, wo er wirklich aufgetankt hat, wo er wirklich Kraft gefunden hat. Wirklich diese Stille mit sich alleine mit Gott. Und ich glaube, wenn man sowas nie erlebt hat, kann man sich das wirklich schwer vorstellen, dass man wirklich so eine Beziehung oder dass man da was erleben kann, wenn man einfach nur alleine unterwegs ist. Genau, aber er hat in dieser Zeit wirklich in der Zeit sehr viel Kraft aufgetankt. Ich weiß noch, als wir diesen Roadtrip gemacht hatten, wo wir unsere Handys zu Hause gelassen haben, hatten wir so ein Video darüber gemacht, war es auch einmal am See so, dass wir alle, wir hatten so eine Schwitzhütte gebaut und waren alle kurz davor zu gehen und haben irgendwie nicht gewusst, wie wir schlafen sollen. Und dann auf einmal war Philipp weg und war dann auch so eine halbe Stunde weg, vielleicht eine Stunde. Wir haben uns so gedacht, ey, wir müssen jetzt mal los, irgendwie was suchen, wo wir unterkommen können, keine Ahnung, irgendwo müssen wir schlafen. Und dann irgendwann ist er wiedergekommen, er ist wirklich mit so einem Strahlen wiedergekommen, wie man ihn sonst selten gesehen hat. Und ich glaube, das ist auch das, was wir alle von ihm in Erinnerung behalten haben, was dieses Strahlen, diese Freude, wo man sich gedacht hat, es kann nicht einfach nur ein positives Denken sein, weil wie sollst du in so einer Situation noch positiv denken? Also es ist einfach schwierig. Und ja, mit diesem Strahlen ist er aus dem Wald gekommen und ich glaube, keiner hat sich getraut, ihm irgendwie Vorwürfe zu machen, dass er jetzt eine Stunde weg war und wir alle warten. und er war sich auch direkt ganz sicher, ja, ja, wir kriegen gleich einen Schlafplatz, kommen gleich Leute und dann können wir dann schlafen. Und dann ist tatsächlich jemand um die Ecke gekommen, hat mit uns geredet und ja, dann konnten wir bei dem alle mit, ich weiß nicht wie viele Leute wir waren, haben wir eine gute große Gruppe, dann konnten wir da unterkommen. Und ja, ich glaube, das war wirklich das, was ihm diese Kraft gegeben hat und auch dieses Strahlen, diese Lebensfreude, die er so ausgestrahlt hat, wo wir uns, glaube ich, alle so daran erinnert haben, was so besonders war jetzt in der ganzen schweren Zeit. Und das war einfach was, was ich nochmal weitergeben wollte, weil ich glaube, das hat Philips Leben so krass verändert und es hat mein Leben krass verändert und ich muss sagen, dass ich in der letzten Zeit, also eigentlich fast das ganze letzte halbe Jahr, da auch sehr stark von weggekommen bin. Ich glaube, es ist, so unterbewusst war ich schon auch, also ja, war ich schon sauer auf Gott irgendwie oder ich war enttäuscht und ich habe das auch wieder, also ich habe wirklich gar keine Zeit mehr dafür genommen und ich habe jetzt die letzten Tage erst wieder gemerkt, wie krass gut es mir tut und dass es das Einzige ist, was mir wirklich in diesem Leben Sinn und Freude geben kann, wirklich diese Beziehung mit Gott zu leben und auch wenn ich es nicht so ganz erklären kann, und ich kann jetzt nicht sagen, dass Gott mir da Fragen beantwortet hat oder irgendwas, keine Ahnung, irgendwas, was ich jetzt rational erklären kann, aber es ist wirklich so, dass ich in der Zeit immer so viel Kraft und so viel Freude bekommen habe, die es mir auch wirklich nur möglich macht, weiterzumachen so und nicht zu verzweifeln, nicht komplett nur traurig zu sein. Ich denke, es hat auch seine Zeit mehr traurig zu sein, aber ja, das freut mich einfach und das würde ich euch gerne weitergeben, da Mut dazu machen. Ich denke, alle, die Gott schon kennen, die werden es bestimmt wissen, aber ich glaube trotzdem, dass es oft in unserer Gesellschaft, in der Zeit, einfach zu kurz kommt, sich wirklich diese Zeit zu nehmen und man denkt, ich muss jetzt immer alles selber machen, ich muss arbeiten, ich muss jetzt morgens früh aufstehen, morgens früh anfangen und manchmal, wenn man die Zeit hat, wenn man sich irgendwann nehmen kann, dann will ich da nur zu ermutigen, ich glaube, das hätte Philipp euch auch so weitergegeben und die, die Gott noch nicht kennen, die können sich da ja auch mal auf ein Experiment einresten. Philipp hat das ja auch ganz natürlich gemacht, wie er in seinem Buch geschrieben hat, einfach mal mit Gott zu reden, auch wenn man vielleicht denkt, dass da niemand, erstmal denkt, dass da niemand da ist. Ich war da auch in letzter Zeit manchmal gar nicht mehr so überzeugt von und dann habe ich es doch wieder gewagt und habe mit Gott geredet und er war nicht so auf mich, glaube ich, dass ich mich so lange nicht gemeldet hatte und er hat mir wirklich so viel Frieden und so viel Freude wieder geschenkt. Das ist auch schon alles, was ich euch sagen wollte. Danke noch, dass ihr alle da seid und ich freue mich, euch jetzt noch mehr zu hören von anderen Leuten, die auch sehr berührt waren von dem Ganzen. Vielen Dank, Johannes. Dass Philipp nicht mehr da ist, tut richtig weh und gleichzeitig sind wir auch so dankbar für die Zeit, die wir mit ihm haben durften und zu diesem Thema Dankbarkeit hat einer seiner besten Freunde, Erik, vor kurzem einen Brief verfasst, der für Philipp wäre, wenn er ihn dann lesen könnte. Vielleicht kann er es ja und den wird er heute hier vorlesen. Genau, ein warm Applaus für Erik. Auch von mir vielen Dank, dass so viele Leute da sind. Das war immer so eine Eigenschaft von Philipp, dass er viele Leute zusammengebracht hat und auch unseren Freundeskreis. Ich finde es einfach auch ganz fantastisch, was für Leute ich kennenlernen durfte durch die Real Life Guys und dass das auch alles so hält. Das ist fantastisch. Für mich waren viele Sachen immer so voll selbstverständlich. Deswegen wusste ich irgendwie auch nicht so, was ich dann noch sagen soll. Weil es waren voll viele Sachen, einfach voll selbstverständlich, über die man nicht reden muss, die waren einfach selbstverständlich da. Wisst ihr, was ich meine? Also Sachen, die unausgesprochen sind. Ich habe einen Brief geschrieben. Lieber Philipp, hoffentlich geht es dir gut. Ich wollte mich noch einmal bei dir bedanken, denn das habe ich nicht oft getan. Das war auch gut so. Über lange Zeit waren wir wie Brüder. Uns hat nicht viele Worte gebraucht. Deswegen habe ich Frieden. Und trotzdem, danke für sechs Jahre intensive Freundschaft und meinen Einstieg ins Real Life. Danke für die Herausforderung und die daraus resultierenden Dankbarkeit für die alltäglichen Dinge. Danke für deine Zeit, deine Weisheit und deine Treue. Zum Schluss hätten Worte auch nicht mehr gereicht, um auszudrücken, wie dankbar ich für alles bin. Du warst so unfassbar tapfer. Obwohl du mit dir selbst genug zu tun gehabt hättest und alle anderen komplett mit deinem Schicksal überfordert waren, hast du die Stärke gehabt, für uns alle da zu sein. Danke, dass ich mich von dir verabschieden konnte und du es uns allen so leicht wie möglich gemacht hast. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Dein Erik. Ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. Danke dir. Erik hat eben gerade in einer seiner letzten Zeilen geschrieben, du hast die Stärke gehabt, für uns da zu sein. Und ich finde, das ist etwas, was Philipp sehr ausgemacht hat, dass er ständig für Menschen da war. Und manchmal sogar Leute, die er eigentlich gar nicht kannte oder wo man sich denkt, warum die? Aber okay. Zum Beispiel hatte ich eines Morgens eine Sprachnachricht von Philipp bei WhatsApp bekommen, in der er mir seine letzte Nacht geschildert hat und meinte, Christopher, ich konnte letzte Nacht nicht schlafen und dann so halb drei Uhr morgens bin ich aufgestanden, dachte, ich mache nochmal einen Nachtspaziergang. und dann ist er durch die nächtlichen Straßen von Bickenbach gelaufen und hat zwei betrunkene Leute auf dem Gehweg gesehen und hatte erst überlegt, naja, mache ich jetzt einen Bogen um die, ich will keinen Ärger und dann ein bisschen genauer hingeschaut und gemerkt, okay, die sehen irgendwie so ein bisschen lost aus, also so ein bisschen verloren und orientierungslos. Und dann ist er auf sie zu, hat sie angesprochen und es hat sich herausgestellt, dass die beiden tatsächlich von über einer Stunde weit herkommen, aber jetzt keine Möglichkeiten mehr hatten, mit der öffentlichen nach Hause zu fahren. Und dann dachte sich Philipp, dann kann ich sie ja nach Hause fahren. Und ist kurzerhand mit denen zu seinem Auto, hat sie eingefahren und ist, also eingepackt und ist wirklich über eine Stunde mit denen weggefahren, um sie nach Hause zu bringen und ist wieder nach Hause gefahren. Und man könnte ihn fragen, warum machst du das? Aber das wäre bei Philipp wahrscheinlich die falsche Frage. Ein weiteres Mal hatte sich eine wichtige Person so halb selbst eingeladen, halb durfte sie kommen und ist zu Philipp und Johannes nach Hause gekommen und hatte sich extra den gesamten Tag freigenommen, um die beiden so richtig kennenzulernen. Und gerade war diese wichtige Person eingetroffen, da klingelte es an der Haustür und ein Nachbar stand dort und hat die Jungs gebeten, ob sie ihm beim Umzug helfen können, weil er hatte sehr schwere Möbel, die zu schleppen wären. Und so haben sie kurzerhand das Meeting unterbrochen und sind zum Umzug helfen gegangen und haben tatsächlich den kompletten Nachmittag geschwitzt und Möbel umhergeschleppt. Und die wichtige Person kam sich da etwas vor den Kopf gestoßen vor und dachte, ich bin ja jetzt nicht gekommen, um beim Umzug zu helfen, sondern um sie kennenzulernen. Und ja, genau das hat sie auch getan, sie kennengelernt. Und Philipp hat nicht nur in seinen guten Zeiten und seinen starken Zeiten immer wieder Zeit sich genommen, einfach so für Leute, egal welchen Rang es ist, egal aus welcher Herkunft, sondern vor allem, und das ist auch besonders beeindruckend, erst recht in seiner Schwachheit. Vor etwa zwei Jahren, gegen Sommerende, Anfang Herbst, hatte er ja bereits das Rezidiv, also der Tumor, der wieder am Wachsen war und es ging ihm zu dem Zeitpunkt gar nicht gut. Er hatte Atemprobleme und es war sogar so schlimm, dass Julius, einer seiner engen Freunde, der mit ihm zusammengelebt hat, zu dem Zeitpunkt schon meinte, wenn das so weitergeht, dann wird das nicht mehr lang. Und auch die Ärzte hatten es zu dem Zeitpunkt ihm nur noch wenige Wochen zu leben gegeben. Und genau in diesem Zeitraum auch, weil eben sein Buch veröffentlicht worden ist, meine Real-Life-Story, haben wir ein kleines Werbevideo für sein Buch aufgenommen, in dem er aus dem Buch vorliest. Und mir fiel die Ehre zuteil, den Ton zu machen. Und ich hatte die Kopfhörer auf und so eine kleine Funkstrecke und ihm das Ansteckmikrofon schön angeheftet. Und Ansteckmikrofone haben es so an sich, dass die sehr unauffällig und klein sind und man vergisst sie ziemlich schnell. Und im Fernsehen und Funk ist es sehr häufig, dass wenn man so ein Ansteckmikrofon hat und man vergisst es, man auf Toilette rennt und der Typ mit den Kopfhörern, der den Ton macht, kann alles mithören. Philipp ist an diesem Tag nicht auf Toilette gerannt. Das ist mir auch Gott sei Dank bisher noch nicht passiert. Aber ich habe ihm in einem anderen privaten Moment kurz beiwohnen dürfen. Und zwar kurz bevor der Dreh losging, hatte er wieder ein bisschen Atemprobleme und meinte, er muss sich nochmal sammeln und braucht nochmal einen Moment, um Kräfte zu holen. Und ich dachte mir zu dem Zeitpunkt, okay, wie er jetzt wohl Kräfte holt, ob er sich nochmal hinlegt, nochmal Augen schließt oder so. Und er hatte vergessen, dass wir das Ansteckmikrofon dort hatten. Und dann hörte ich auf einmal, wie Philipp anfing zu beten. Und er betete leidenschaftlich. Und wirklich so, obwohl er ja eigentlich schwer Luft bekommen hatte, trotzdem nicht ängstlich oder zittrig, sondern mit einer Bestimmtheit, mit einer Zuversicht, mit einem auch irgendwie festgehaltenen Gefühl, macht das Sinn, dass ich ja nicht konnte, als erstmal tatsächlich noch einen Ticken drin zu bleiben, bis ich ihm dann die Privatsphäre gegönnt habe und auch die Kopfhörer wieder rausgezogen habe. Aber ich fand es so bezeichnend, dass in diesem Moment, in dem es ihm schlecht ging, auch wie Johannes es eben gerade gesagt hat, Philipp nicht in irgendwelchen Selbsthilferatgebern oder Meditationsratgebern oder sonst wie was aufgetankt hat, sondern Zeit mit Gott verbracht hat und daher seine Kraft geschöpft hat, um dann auch in seiner Schwachheit für Menschen da zu sein. Er konnte für Menschen da sein, weil Gott für ihn da war. Wir haben in seinen Hinterlassenschaften auch eine kleine Versliste entdeckt. Dort hatte Philipp sich Bibelferser notiert, die ihm Halt gegeben haben und Zuversicht in bestimmten Situationen. Und einer dieser Verse, die er sich dort notiert hat, ist aus Isaiah 40, Vers 29 und darüber steht, wenn ich überfordert bin bei ihm in seinen Notizen. Der Vers lautet, den Erschöpften gibt Gott neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos, starke Männer stolpern und brechen zusammen, aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, den mächtige Schwingen wachsen. Vielleicht habt ihr mal dieses Adlermotiv von Philipp gesehen. Philipp hat dieser Vers so berührt, dass er ihn sogar an seine Schlafzimmerwand gemalt hat mit einem großen Adler. und wir haben das auf einige Hoodies mit abgedruckt und daher kennt ihr vielleicht schon das Motiv. Im zweiten Vers, den er dort aufgeschrieben hatte, ist aus Matthäus 11, 28 und dort spricht Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr müselig und beladen seid. Ich will euch erfrischen. Nehmt auf euch mein Jocht und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Jocht ist sanft und meine Last ist leicht. Philipp hat diese Verse immer wieder auch im Gebet für sich bewegt und seinen Rucksack dort abgelegt, seine Last dort abgelegt und es gibt auch ein Lied, was er dabei gehört hat. Er hat viele Lieder gehört, aber ein Lied, was ihn dabei auch besonders bewegt hat, so sehr, dass er zwei Tage bevor er verstorben ist, extra Savia, die heute auch mitsingt, hier in dem Blümchenkleid und bezaubernd aussieht, geschrieben hat, ob sie ihm das noch mal als A Cappella-Version aufnehmen könnte und schicken könnte. Und dann hat Philipp zwei Tage bevor gestorben ist und vielleicht auch in den letzten Stunden dieses Lied gehört und damit wir das noch mal nachempfinden können, was er dort empfunden hat, werden wir auch dieses Lied hören. Unter anderem mit Savia, aber auch mit Salvo, der Songwriter dieses Liedes, der auch heute mit da ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sie rufen nach Gerechtigkeit, Und während ich davon rennen, wird mir klar, dass Sünde ihren Preis, und ich kann ihn nicht bezahlen, und ich kann's auch nicht begraben. Doch tief in meinem Herz, viel tiefer als der Schmerz, seh' ich dein Licht. Am Kreuz hast du gezeigt, was wahre Liebe heißt für dich. Wenn ich fahr' Fall' ich in deine Hand, wenn ich nichts spür' dann glaub' ich fest daran. Ich lass' mich fallen, ich lass' mich fallen, zerbrochen, wie ich bin, in deine Hand, geworben wie ein Kind. Ich kann die Freiheit spür'n, denn du bist nah' die Lasten meiner Schuld hast du bezahlt. Und Gott hat mir vergeben, und es kann mir keiner nehmen. Und es kann mir keiner nehmen. Wenn ich nicht fallen, auch wenn ich fall' Wenn ich fall' Wenn ich fall' Ja, dann glaub' ich fest daran. Ja, dann glaub' ich fest daran. Wenn ich nicht fall' 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 Ja, dann glaub' ich fest daran. Wenn ich nicht fall' Ja, dann glaub' ich fest daran. Wenn ich nicht fall' In deine Arme Geborgen wie ein Kind Zerbrochen, wie ich bin Zerbrochen, wie ich bin Und vergeben durch den Sohn Und gereinigt durch sein Blut Geheiligt durch das Kreuz Gefestigt durch sein Wort Erfüllt mit deinem Geist Auch berufen und erfreit Auch wenn ich fall Wenn ich fall, fall ich in deine Hand, geborgen wie ein Kind So eine Nähe, so ein getragen fühlen Und auch so ein Vertrauen Hat Philipp ergriffen Von der Liebe Gottes erlebt Dass er so begeistert davon Auch andere Menschen daran teilhaben lassen wollte Und gar nicht verstehen konnte, warum nicht noch mehr Menschen Dem sofort nacheifern würden Und er hat echt sein Bestes gegeben Diese Botschaft rauszubringen Dass Gott an dir Interesse hat, dass er dich liebt Dass er für dich da sein möchte Dass er auch tausende Menschen Darin inspiriert hat Und stellvertretend für diese tausenden Menschen Ist heute auch eine Person mit dabei Die ihre Geschichte mit uns teilen wird Wie sie in Schwierigkeiten war Dann erst von Philipp erfahren hat Und später auch diese Liebe Gottes kennengelernt hat Ein warm Applaus für Jasmin Ja Ja, danke erstmal Für die Einladung Das ist mir voll die Ehre Hier sein zu dürfen Ja, erstmal zu mir Ich bin alleinerziehende Mama Und Nicht nur, dass ich alleinerziehend bin Die, die alleinerziehend sind Wissen vielleicht so ein bisschen den Struggle Ich habe noch eine schwerbehinderte Tochter Mit ganz vielen Handicaps Immer ganz viele Untersuchungen Therapien Ganz vielen Arztterminen Und Auch wenn man Familie zwar hat Aber im Endeffekt steht man immer alleine Mit Mit diesen Konfrontationen Und ein Kind Wo schwer Also meine Tochter Die hat halt auch ADHS Und geistige Behinderung Und Ist ein super Hyperkind Weswegen ich dann auch sehr oft unter Dauerstrom stehe Weil Arbeiten Kind Haushalt Und Auch so die Erwartungen von deinem Umfeld Und ich habe mich gefragt So warum Gott Warum Muss ich das alles alleine durchstehen Die ganzen Untersuchungen Es liegt immer alles an mir Und ich denke mir so Warum kann es nicht mal gut laufen Zehn Jahre hatte ich wirklich richtig Depressionen Panikattacken Hypertonie Und ich war richtig verbittert Ich hatte keine Lust auf Freunde Ich kenne so viele Menschen Aber ich hatte nie die Lust Was mit Menschen zu unternehmen Nach der Arbeit immer zu Hause Meine Familie hat schon immer gesagt Ja Unternimm doch mal was Und ich war immer so Nein Keine Lust Und ich habe mich gefragt Was ist denn der Sinn des Lebens überhaupt Ganz oft Kam ich an den Punkt Wo ich gedacht habe Ja ich weiß Meine Tochter braucht mich Aber irgendwie Ich kann nicht Ich bin total Down Und mir oft gedacht so Es wäre doch so viel einfacher Wenn ich jetzt einfach mit allem Schluss machen würde Und als ich dann die Geschichte von Philipp gesehen habe Sein Zeugnis und die ganzen Zeichen Und die Wunder die passiert sind Und das was er durchgegangen ist Einfach wie stark er in seinem Glauben war Und er einfach Ja wie wir schon gehört haben Dieses Strahlen von ihm Und ich dachte mir so Wow es ist so krass Das würde ich auch so gerne erleben Meine Beziehung mit Gott war so Naja mal Habe ich An Gottes Tür geklopft Und manchmal dachte ich mir so Ach Gott Den kann es ja gar nicht geben Weil sonst wäre ich jetzt nicht wieder down Und dann würde ich wieder die nächste Down Phase kommen Und durch Philipps Story Das einfach zu sehen Wie angstfrei er war Und ohne Sorgen durchs Leben Wie er schon gesagt hat Macht euch keine Sorgen Um den morgigen Tag Dachte ich mir so Boah Richtig krass Und zu sehen Wie Philipp da wirklich So einen tiefen Glauben An Gott entwickelt hat Und Beziehung Und wie er durch Gemeinschaft So durchgetragen wurde Und ich habe dann Irgendwann eine Gemeinde gefunden Und ich habe dann auch angefangen Mal Beziehung mit Gott zu bauen Und ich dachte mir so Hey why not Angefangen der Bibel zu lesen Zu beten Und mir persönlich ist immer so Wenn es mir halt richtig schlecht geht Dass ich mich hinknie und Lobpreis anmache Und einfach weine und sage Gott Jetzt brauche ich dich Und es ist auch so nice Jetzt wo ich eine Gemeinde gefunden habe Auch Gemeinschaft zu erleben Ich habe Lust auf das Leben Rauszugehen Gemeinschaft mit anderen zu haben Und wenn es mir schlecht geht Sind sie auch für mich da Die letzten Wochen hatte ich wieder richtig Richtig downphase Und richtig gestruggelt Und gesagt Gott Du musst mir helfen Und es war auch so nice Dass einfach Ich Leute dann an meiner Seite auch hatte Die mich aufgebaut haben Die Mir Ermutigung geschenkt haben Und auch Einfach für mich da waren Und Ich auch selber erleben durfte In verschiedenen Wegen Wie Gott mir das Zeichen geschickt hat Und er hört auch Gebete Wie auch immer sie aussehen Aber er hört sie Und er sieht mich Und er hört mich Und ich weiß Er tröstet mich Er ist die Quelle Wo ich immer hingehen kann Wenn ich ihn brauche Und vor zwei Wochen Habe ich mich dann Was Philipp da Einfach da So viele Leute anzieht Und Ja Dass man einfach Hoffnung haben darf Und An Gott glauben darf Und weiß Er ist immer da Danke Philipp und Jasmin haben beide erlebt Wie Gott in schwierigen Zeiten Für sie da war Wie er sie gehalten Und getragen hat Sie aufgefangen hat Wenn sie gefallen sind Und Ich habe mich auch gefragt Ob sich nicht vielleicht Jemand anders fragt Ob Gott ihn am Ende Nicht doch hat fallen lassen Schließlich ist so eine Krebserkrankung Und auch ein Tod Mit 23 Ja eigentlich nichts Was man irgendjemandem wünschen würde Aber eine Sache Weiß ich ganz ganz sicher Da habe ich nicht Den Hauch eines Beifels Dass er nicht mal Für einen Bruchteil Einer Sekunde Ihn losgelassen hat Sondern dass er ihn jetzt Noch fester in seinen Armen hält Als hier zuvor Und das weiß ich nicht Aus Unbedingt Verstand Vielleicht Kann man sich auch viel anlesen Und Es gibt auch sehr viele Gute Argumente Für den Verstand Aber meistens ist nicht Der Verstand Der Teil Der nicht glauben kann Sondern das Herz Und ich möchte Um das so ein bisschen Zu illustrieren Für unser Herz Wie vielleicht Dieses hinübergehen Gewesen sein kann Eine kurze Geschichte Vorlesen Von einem Zwillingspaar Das ist also sehr passend Das sich im Bauch Ihrer Mutter unterhält Und da sagt Das eine Zwilling Zum anderen Glaubst du eigentlich An ein Leben Nach der Geburt Ja Ich denke schon Dass es das gibt Unser Leben hier Ist doch nur dazu gedacht Dass wir wachsen Und uns auf dieses Leben Nach der Geburt Vorbereiten Vielleicht Damit wir stark genug sind Für das Was uns erwartet Ach was Ich glaube nicht Dass es das wirklich gibt Wie soll denn das Überhaupt aussehen So ein Leben nach der Geburt Naja Das weiß ich auch nicht so genau Aber es wird sicher Heller sein als hier Und vielleicht werden wir Herumlaufen Und werden mit dem Mund essen So ein Unsinn Herumlaufen Geht doch gar nicht Und mit dem Mund essen Wir haben doch die Nabelschnur Doch Das Ganze geht bestimmt Es wird eben alles Nur ein bisschen anders Woher willst du das wissen Es ist noch nie Einer zurückgekommen Von nach der Geburt Und mit der Geburt Ist das Leben zu Ende Danach ist alles Finster und vorbei Auch wenn ich nicht genau weiß Wie das Leben Nach der Geburt Ausseht Jedenfalls werden wir Dann unsere Mutter sehen Und sie wird für uns sorgen Mutter Du glaubst an eine Mutter Wo ist denn die Mutter Na hier Überall Um uns herum Wir sind Und leben in ihr Und durch sie Und ohne sie Können wir gar nicht sein So ein Käse Von einer Mutter Habe ich bisher noch nichts Gemerkt Doch Manchmal Wenn wir ganz still sind Kannst du sie singen hören Oder spüren Wie sie unsere Welt Streichelt Und Philipp hat Immer wieder in seinem Leben Gott singen gehört Und gespürt Wie er seine Welt berührt Und gestreichelt hat Und für ihn da war Und ich habe das In meinem Leben erlebt Ich glaube viele hier Anwesende haben das auch Bei sich erlebt Und das ist dieses Dieser Klang Der Eltern Die einem die Gewissheit geben Okay wenn ich rausgehe Dann wartet dort nicht Finsternis und Einsamkeit Sondern dann warten dort Die Arme meiner Eltern Und ich habe Vor einem halben Jahr Eine Tochter bekommen Und wisst ihr was ich gemacht habe Direkt nachdem sie geboren war Ich habe sie in den Arm genommen Und ich habe sie gestreichelt Und es war so Unglaublich schön Und ich habe gar keinen Zweifel Dass es mit unserem Himmlischen Vater genauso ist Wenn wir das Im Herzen glauben Dann gehen wir davon aus Dass Philipp lebt Dass die Leute Die in Schlafen sind In Jesus zum Leben Kommen können Und als Zeichen dafür Ist es auch brauchbar Im Gedenkgottesdienst Kerzen anzuzünden Denn das Licht Was dort lodert Ist ein Zeichen dafür Dass der doch nicht erloschen ist Dass die Finsternis Nicht das letzte Wort hat Sondern das Licht Und Leben lodert Und ihr habt Alle eine E-Mail bekommen Mit der Benachrichtigung Doch bitte Gläser mitzubringen Mit einer Kerze Die könnt ihr jetzt auspacken Und wir werden dann Während des kommenden Liedes Diese Kerzen anzünden Und dort vorne In diesen vorgesehenen Bereich Hinein liegen Und wenn viele Leute Dem Ruf gefolgt sind Dann schaffen wir es Vielleicht Dort etwas über Tausend Kerzen Hinein zu stellen Die symbolisch Für das Leben Der Entschlafenden stehen Aber auch das Leben Das Philipp Jetzt in sich hat Wir hören Während wir das Ganze machen Das Lied Ewigkeit Das ist auch ein Lied Was wir in den letzten Tagen Als Philipp von uns gegangen ist Unglaublich häufig gespielt haben Weil uns das so Auf diese zukünftige Welt Auf das was vor uns steht Fixiert hat Und uns Mut gegeben hat Und unser Herz Glauben geschenkt hat Ich sehne mich nach einem Ort Wo alles Leid ein Ende hat Denn was ich mit den Augen seh Kann meine Seele nicht verstehen Ich weiß, du hast den besten Plan Auf den ich mich verlassen kann Auf jedem noch so schweren Weg Schau ich auf das, was nie vergeht Die Ewigkeit ist mein Zuhause Du hast sie mir ins Herz gelegt Auch wenn ich sterben werde Weiß ich Ich weiß, ich bin nur zu Besuch Denn wahre Heimat gibt's nur du Als Bürger deines Himmelreichs Werde ich für immer bei dir sein Werde ich für immer bei dir sein Die Ewigkeit ist mein Zuhause Du hast sie mir ins Herz gelegt Auch wenn ich sterben werde Weiß ich Dass meine Seele ewig lebt Und diese Hoffnung wird mich tragen Bis ich dir gegenüberstehe Mit Fokus auf die Ewigkeit Leib ich für das, was ewig bleibt Das Ziel vor Augen, Tag für Tag Bis ich den Lauf vollendet darf Die Ewigkeit ist mein Zuhause Du hast sie mir ins Herz gelegt Auch wenn ich sterben werde Auch wenn ich sterben werde Weiß ich Dass meine Seele ewig lebt Und diese Hoffnung wird mich tragen Bis ich dir gegenüberstehe Ich werde die Gegene überstehen Ich werde die Gegene überstehen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Ewigkeit ist mein Zuhause Du hast in mir ins Herz gelegt Auch wenn ich sterben werde, weiß ich Dass meine Seele ewig lebt Und diese Hoffnung wird mich tragen Bis ich dir gegenüberstehe Die Ewigkeit ist mein Zuhause Du hast in mir ins Herz gelegt Auch wenn ich sterben werde, weiß ich Dass meine Seele ewig lebt Und diese Hoffnung wird mich tragen Bis ich dir gegenüberstehe Und diese Hoffnung ist mein Zuhause Oh 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 Ich werde dir gegenüberstehen. Das ist das Allerschönste, auf das man sich freuen kann, wenn die Schöpfung schon so wunderschön ist, dass wir sie hier genießen dürfen und auch viele Leute sind mit dem Zelt angekommen, werden heute in der Natur verbringen. Wenn das schon so toll ist, wie viel mehr ist dann der Künstler, der das alles gemacht hat und wie unglaublich umwerfend wird das sein. Wir haben diese Kerzen kreuzesförmig angeordnet, weil das Kreuz der Schlüssel zu dieser Schönheit Gottes ist. Und da mögen sich viele denken, Kreuz, das ist ja eigentlich ein Folterinstrument. Dort wurden Leute grausams und brutals hingerichtet. Warum eigentlich das Kreuz? Und ich finde, da gibt es so gewisse Parallelen zu dem Leben von Philipp. Denn das Kreuz ist ein Punkt der Schwachheit, wo es wirklich ans Äußerste geht. Und als wir in den letzten zwei Stunden von Philipps Leben bei ihm waren, ich habe selten einen Mensch gesehen, der so schwach war wie er. Völlig bleich, kaum Luft bekommen, war am Verbluten. Und gleichzeitig der so stark war wie er. Ich glaube, das war der stärkste Mensch, den ich jemals in die Augen geblickt habe. Mit diesem Strahlen, das Philipp typisch ist, auch dort im Angesicht des Todes und mit seinen Freunden zusammen. Und wenn ich ans Kreuz blicke, dann sehe ich etwas Ähnliches. Dann sehe ich auch einen Gott, der sich hat bespucken lassen, verspotten lassen, dem Nägel durch die Nervenenden seiner Hände und seiner Füße gegraben worden sind. Und der dort in absoluter Schwachheit hängt. Und in 1. Korinther 24 heißt es, Und dennoch erfahren alle, die von Gott berufen sind, gerade in diesem gekreuzigten Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit, auch wenn es unsinnig erscheint. Und was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Und was bei Philipp wie Schwäche ausgesehen hat, hat alle menschliche Stärke übertroffen, die ich kenne. Und was bei Jesus am Kreuz wie menschliche Schwäche ausgesehen hat, war der größte Triumph der Geschichte. Ich finde das so unglaublich. Also man kann sich die Schmerzen gar nicht vorstellen, die man hat, wenn man Nägel durch Hände und Füße gegraben bekommt. Und die Knochen zersplittern und die Nerven werden durchtrennt und die Sehnen und Muskeln reißen. Aber dann in dieser wirklich unglaublichen Qual noch zu beten, wie Jesus gebetet hat, Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Für Vergebung, für die Leute zu beten, die ihm eigentlich Böses angetan haben. Ich finde, das ist wahre Größe und wahre Stärke, die er dort in seiner Schwachheit gezeigt hat. Und Vergebung ist dort nicht nur einfach so ein schönes Wort, sondern Vergebung ist Programm. Dort am Kreuz versöhnt Gott die Welt mit sich selbst. Und einige Leute sehen an diesem Kreuz nur Schwachheit und einen Krückstock für Menschen. Und andere erfahren dort eine Schönheit und eine Freiheit, die man wirklich in seinem eigenen Leben erleben muss. Und ich weiß nicht, ob es historisch so war, aber ich vermute, dass es so ist. Und ich glaube daran, dass Jesus mit zwei anderen Leuten gekreuzigt worden ist. Einer zu seiner Linken und einer zu seiner Rechten. Und das heißt, dass sie Verbrecher waren. Und einer von den beiden Verbrechern sieht Jesus Schwachheit und sagt, bist du nicht der Christus, der kommen sollte, um Israel zu retten? Hilf dir selbst und uns. Und der andere auf der anderen Seite richtet sich an den anderen Verbrecher und sagt, wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Keinen Finger zeigen. Der Verbrecher sagt, er ist dort zurecht, er hat das bekommen, was er verdient hat. Und Jesus sagt nicht dein einziges urteilendes Wort und sagt, Ja, dein Lastenregister ist wirklich ganz schön lang, was können wir da noch machen? Sondern eine direkte Zusage auf dieses Jesus-Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und er sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ein freies Geschenk. Und das Schöne ist, da ist nicht nur so viel Kraft und so viel Stärke in dieser Schwachheit dort am Kreuz, sondern die Stärke geht noch weiter, nämlich drei Tage später ist das Grab leer. Und Jesus steht von den Toten auf und Leute begegnen ihm und sehen eine Schönheit und eine Herrlichkeit, die ihm noch nirgends wo vorher begegnet ist. Und Jesus ist nicht nur einfach wieder lebendig geworden, sondern er wurde transformiert und er hat förmlich gestrahlt. Und es gibt da sogar diese Geschichte aus dem Berg der Transfiguration, wo Jesus mit einigen Leuten auf so einen hohen Berg geht und fängt an zu leuchten und zu strahlen. Und es blendet sie so, dass sie nicht gucken können. Und ich glaube, dass wenn wir in diese himmlische Herrlichkeit gegenüber treten, uns genau sowas erwarten wird, uns ein Licht entgegen strahlt, das auch jede Träne abwischen wird, heißt es in Offenbarung 21, Gott wird uns jede Träne abwischen und wo alle Dunkelheit aus unserem Herzen weichen wird und aller Egoismus, alle Grausamkeit, die wir dennoch mit uns rumgetragen haben, die weggeblasen und verwandelt sein wird. In 1. Korinther 15 heißt es, es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und auferstehen in Kraft. Und Jesus sagt in Johannes 11, Vers 25, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubst du das? Ich glaube, Schwachheit ist nicht das Ende. Ich glaube, Armseligkeit ist nicht das Ende. Und der Tod ist nicht das Ende, sondern der Anfang. Und ich bete, und das ist auch einer der Gründe, warum wir das organisieren, weil wir uns wünschen, dass auch ihr diese Kraft erfahren könnt, die Philipp dort erfahren hat und die Schönheit dort in dieser Schwachheit entdecken könnt und so viel Kraft und Zuversicht und Transformation an einem Ort finden könnt, wo man ihn eigentlich gar nicht vermuten würde. und ich möchte beten für all diejenigen, die sich auch sowas wünschen, die sich Kraft in ihrer Schwachheit wünschen, die sich an Jesus wenden möchten und sagen möchten, gedenk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Herr, ich bitte, dass für all diejenigen, die dieses Bedürfnis und Verlangen in ihrem Herzen haben, die sich nach mehr sehnen, die von dieser Schönheit vielleicht auch heute gekostet haben, die in dir ist, dass du ihnen noch viel weitere Schönheiten und Weiten offenbaren wirst, dass du dich ihnen zeigst, wie du wirklich bist, dass sie dich kennenlernen und lieben dürfen, dass du sie verwandelst und ihnen ein Strahlen auf ihr Gesicht zauberst, so wie du es auf Philips Gesicht gezaubert hast. In deinem Namen. Amen. Das Lied Ewigkeit wurde übrigens von Nico gesungen, der das Lied auch komponiert hat und jetzt hören wir Ohr am Kreuz. Endlose Gnade Neu jeden Tag Ich fand Vergebung Als ich Jesus traf War völlig verloren Und suchte den Weg Was ich selbst nicht konnte Zahlt Jesus für mich Ohr am Kreuz Ohr am Kreuz Da hat der Tod Sein Recht Auf mich verloren Freigesprochen Durch den Sohn Fängt ein neues Leben In mir an Ohr am Kreuz Da hat der Tod Sein Recht Auf mich verloren Freigesprochen Und durch den Sohn Fängt ein neues Leben In mir an Es ist so viel leichter Ohne die Last Alle Verdammnis Nahm Jesus Nahm Jesus mir ab In all meinen Kämpfen Hat er schon gesiegt Sein Ziel ist auch weiter Weil er in mir lebt Ohr am Kreuz Ohr am Kreuz Ohr am Kreuz Da hat der Tod Sein Recht Auf mich verloren Freigesprochen Durch den Sohn Fängt ein neues Leben In mir an Ohr am Kreuz Da hat der Tod Sein Recht Auf mich verloren Freigesprochen Durch den Sohn Fängt ein neues Leben In mir an Ich sing Halleluja Dem, der für mich starb Ich sing Halleluja Drei Tage lag er in dem Grab Halleluja Halleluja Weil er nicht dort blieb Ich sing Halleluja Jesus hat den Tod besiegt Ich sing Halleluja Dem, der für mich starb Ich sing Halleluja Drei Tage lag er in dem Grab Halleluja Weil er nicht dort blieb Ich sing Halleluja Jesus hat den Tod besiegt Ohr am Kreuz Ohr am Kreuz Ohr am Kreuz Da hat der Tod Sein Recht Auf mich verloren Freigesprochen Durch den Sohn Fängt ein neues Leben In mir an Ohr am Kreuz Da hat der Tod Sein Recht Auf mich verloren Freigesprochen Durch den Sohn Fängt ein neues Leben In mir an Ohr am Kreuz Da hat der Tod Sein Recht Auf mich verloren Freigesprochen Durch den Sohn Fängt ein neues Leben In mir an Philipp konnte so viel für andere Leute da sein, weil Gott für Philipp da war und Gott möchte auch für dich da sein und du bist ihm unendlich wertvoll und unendlich wichtig und er würde dir jederzeit beim Umzug helfen. Auch ein Umzug in ein neues Leben Gott möchte auch für die Leute da sein, die im letzten Jahr immer wieder in Trauer waren und immer wieder bewegt worden sind durch das, was passiert ist und ich möchte auch für diese Leute jetzt ein Gebet sprechen. Himmlischer Vater Danke, dass du Philipp bei dir aufgenommen hast, dass du ihn fest in deinen Armen hältst, dass er in der Gegenwart deiner Schönheit sein darf, dass du dich um ihn kümmerst und es keinen liebevolleren und schöneren Ort gibt. Ich bitte dich, dass du uns Trost schenkst in den Zeiten, in denen wir traurig sind, dass du deine Hand auf unsere Schulter legst und ganz nah bei uns bist. Hilf uns auch, die Schönheit zu erkennen, die Philipp jetzt sehen darf und hilf uns auf dem Weg dahin, dich mehr zu lieben, dich mehr kennenzulernen und dir mehr zu vertrauen. Amen. So viele unglaublich schöne Leute, das lädt doch gerade dazu ein, dass wir noch einen gesamten Tag hier verbringen. Trotzdem wollen wir diesen Gottesdienst nicht beenden, um gemeinsam für alle, die das Gebet kennen, das Vaterunser zu sprechen. Und wer dafür noch nicht sowieso schon steht, darf dann noch gerne aufstehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und damit ihr so richtig schön gesegnet aus der Veranstaltung gehen könnt, wird auch jetzt die Band nochmal ein Segenslied für uns spielen. Der Herr segne dich und behüte dich. Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt. Friede mit dir. Amen 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 Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir und auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Hanf sonst, wenn du gehst und wenn du weinst und wenn du jubelst. Er ist für dich, 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 es ist für dich. Amen. Amen, Amen, Amen Amen, Amen, Amen Lass uns noch einmal zusammen Amen sehen, so soll es sein Amen, Amen, Amen. Er ist mit uns und er ist mit dir. Amen, Amen, Amen. Schau mal nach rechts und nach links. Du kannst sagen Amen. Der Herr segne dich. Gott segne euch. Ich bin so froh, dass Philipp seine Geschichte und seine ganzen Erfahrungen und seine Auf- und Axt mit seinem Glauben mit uns geteilt hat. Ich habe dadurch so zu meinem Glauben wiedergefunden und hatte seitdem so viele schöne Erlebnisse mit Gott und ich bin dafür einfach unendlich dankbar. Und zwar leide ich schon seit ein paar Jahren an einer Krankheit, die letztes Jahr so schlimm wurde, dass ich die ganze Zeit daheim bleiben musste und ganz auf dem Krankenhaus war. Es war einfach so ermutigend, wie er gesagt hat, Gott lässt sich nicht zu, ohne dass ein Plan dahinter ist. Und ein gutes Jahr später kann ich einfach wieder Sport machen, kann einfach wieder beinahe alles machen und bin ihm mega dankbar. Für mich war das eine mega ermutigende Story. Dass wir mit dem Thema Krebs, Tod und Gott und Glaube und allem, dem umgegangen ist und das hat mich irgendwie total inspiriert und ermutigt. Ich hatte vor knapp einem halben Jahr Krebs. Ich habe beim Krebs ging so ziemlich schlecht und er hat mich dann ermutigt weiterzumachen und kämpft gegen den Krebs. Das hat mich richtig toll gefunden. Philipp hat mich ermutigt, mit seiner Geschichte nicht aufzugeben und dass auch ich wertvoll bin. Ich habe durch Philipp mein Glauben einfach wiedergefunden und ich bin so dankbar dafür, dass Philipp so offen darüber geredet hat. Philipp war wirklich ein Vorbild für mich. Ich habe mich wegen meiner Krankheit sehr eingedrückt quasi gefühlt. Ich hatte immer Angst, dass irgendwie meine Krankheit wieder schlimmer wird und dann habe ich aber gemerkt an Philipp, dass er trotz allem Mut hatte und wirklich stark war. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Dass er kein normaler YouTuber war wie jeder andere, sondern dass er halt einfach was rübergebracht hat bei seinen Videos. Dass man keine Angst haben braucht vor dem Tod. Er war ein guter Junge, er war sehr inspirierend. Ich muss sagen, ich fand es einfach crazy, wie positiv er die ganze Zeit geblieben ist, trotz seiner Krankheit. Es hat ihm quasi aus allen Knopflöchern geschienen und die Lebensfreude ungefährlos. Es ist nicht so lange her, da habe ich mich selber für komplett wertlos gehalten und mein Leben total sinnlos empfunden. Und war auch kurz davor, es wegzuwerfen. Der Austausch mit ihm damals hat mir dabei geholfen, wieder auf einen neuen Weg zu finden. Ich habe an meinen ganz eigenen Glauben gefunden. An den Glauben an die Sinnhaftigkeit im Leben und daran, dass ich selber wertvoll bin und dass mein Leben wertvoll ist. Philipp hat mich außerdem noch gelehrt, dass Dinge nicht ohne Grund im Leben passieren und dass aus allem Schlechten auch wieder Gutes entstehen kann. Es war einfach unglaublich, was er ausgestrahlt hat. Man hat ihm das einfach sofort abgenommen, dass er eine Beziehung zu Jesus hat und dass er daraus lebt, ohne die ganzen Vorgaben und Formen, die Religion auch so mit sich bringt und Traditionen. Dass er sich keine Gedanken darüber gemacht hat, was andere denken. Philipp war einfach nicht, dass er sagte, boah, was für eine verrückte Idee oder das wird nie was, sondern hey, ich bete für dich. Ich bete dafür. Er war einer der ganz wenigen Menschen, die komplett angstfrei sind. Also er hatte einfach vor gar nichts Angst. Als klar war, dass er stirbt, war der traurig und wütend und wollte auch nicht gerne sterben, aber Angst hat er nicht. Philipp hat mich mit seinem Gottesvertrauen extrem stark beeindruckt. Er hat uns wirklich angesteckt mit einer Lebensfreude. Und Philipp hat mich auch inspiriert, an meinem Baumhaus zu bauen und coole Dinge draußen zu machen. Philipp ist mit seinem Leben und seiner Krankheit in eine Situation geraten, wo, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen einfach zerbrechen würden. Für mich ist es der absolute Wahnsinn. Es ist ein Vorbild. Es ist einer der inspirierendsten Persönlichkeiten unserer aktuellen neuen Zeit. Er hat uns daran erinnert, dass selbst wenn unsere Lebensumstände hart sind, unser Herz nicht hart sein muss, sondern dass es weich sein kann, voll mit Liebe, Freude, Frieden, Barmherzigkeit. Und er war auch offen allen Menschen gegenüber. Er war ein unglaubliches Vorbild. Dass er so authentisch ist, dass er so er selbst ist und dass er sich nicht Gedanken darüber macht, was andere Leute über ihn denken. Der Philipp hat so gesprüht vor Leben. Philipp hat mir eigentlich dabei geholfen, eben die Lebensfreude wiederzufinden. Philipp hat mich ganz stark darin ermutigt, immer an Gott festzuhalten. Dass egal was für Umstände kommen, egal was für Nachrichten man bekommt, egal was für Situationen passieren, dass es sich lohnt, an Gott festzuhalten. Und ich freue mich auch sehr, wenn ich ihn im Leben wiederzuhalten kann. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!